ich sag ja also ich habe auch scheiße gekämpft mit dem plus dass er scheiße ist also doppelte anzahl der scheißigkeit krass na gut egal wir haben unser ziel erreicht passt ich werde das einfach mal irgendwann privat nochmal machen muss ja kein Problem hier sind die Attribute maximal außer würde ich sagen oder und Gesundheit noch mal ein hoch soll ich jetzt noch mal probieren soll ich es noch mal probieren jetzt gegen Piccolo alles cool bei dir soll ich es noch mal probieren ich habe noch einen platz den könnte ich vielleicht auch noch nutzen ja gucken mal gucken ist halt die scheiß ist ja dann ich muss wenn ich verkacken muss ich alles von vorne noch mal was einfach Zeit in Anschwuch nimmt ach sieh mal an wir sehen die ganze Zeit zu toll ist stripper Sorbus meldet sich zum Dienst so mein Gott tut mir leid wegen dem Gehuste aber was muss das nicht so weg damit weg damit weg damit Ordnung so mein Gott Wieso hab ich den jetzt nicht getroffen? Schon wieder nicht? Nein! Boah, nein! Wieso zur Hölle treffe ich den nicht mit meinem fetten Angriff? Wo ist der jetzt hingegangen? WTF? Ich habe schon wieder versucht auszuweißen. Weg weg weg. Weg weg weg. Das ist kein Spaß. Du hast wohl die Wille zu kämpfen. Es ist ein bisschen zu früh. Aber ich glaube, ich werde dich ausreden. Hey! Alter, das zieht dem nicht... Alter, das zieht dem fast gar nichts ab. Das ist nicht cool. Ah, ich dachte ich... Geil gemacht! Du bist derjenige, der sterben wird! Äh, was? Du bist derjenige, der sterben wird! WTF? Ich kann nichts machen! Was ist das denn? Was ist das denn für eine unfaire Scheiße gewesen jetzt? Ich kann mich nicht... Ich kann mich nicht... Ich kann mich nicht... Ich kann mich nicht mehr am Arsch schleppen. Mieser Bastard! Mieser Angriff, Alter! Warte mal, das hatten wir auch schon, ne? Ich muss weg, ich muss weg hier! Oh Leute, das haut übel rein, wenn ihr mal bedenkt, dass ich mit der ganzen Ausrüstung eigentlich von dem Angriff viel auch noch wegnehme. Ich werde dich nicht verraten, um das Essen zu verraten. Für die Saiyans. Und die Namekians. Und all die vielen,en Helpless,en Menschen du verratenstlich hast! Ich werde dich verraten! Was ein fool. Was ein Stubborn guy! Ich bin zu fern, zu fern. Ich bin zu fern. Me, auch. Vielleicht kann ich mit dem Warm-Up und fern. Ich bin zu fern. Me, auch. Ey, der Angriff ist ja der Überhammer. Aber es sieht so aus, als... Oh Gott! Oh Gott! Die Katze hat mir meinen Arsch gerettet. Aber das hatten wir auch noch. Weg hier! Oh Gott! Ich hab Angst. Es ist wirklich einfach. Wenn Goku kann den Spiritsbund, dann wird die Geschichte verraten. Planet Namek. Alle Planeten im Solar System. Und alles in der Galaxie. Bitte, mit mir. Ich habe eine Sache mit mir. Oh nein eh. Du bist nicht schlecht. Du bist nicht schlecht. Aber es ist noch nicht gut genug genug genug. Ich weiß nicht, was du wirst. Aber wunschwung. Du bist nicht schlecht. Aber es ist noch nicht gut genug genug genug. Das war ne miese Todeszuhälterstelle, habt ihr das gesehen? Nein, Leute, ich bitte euch, das ist ja zu krass. Ich finde es zu krass. Nein, raus hier. Raus. Raus. Das ist ja krass, aber, alter, haut der eine Angriff von uns übel rein. Haut der rein, krass. Dafür, dass wir das mit der Ausrüstung, wirklich, ich glaube ich, jedes Ausrüstungsstück, zieht uns da so ein bisschen runter bei dem super, super Special Angriff. Und der haut trotzdem so übel rein. Das ist heftig. Aber das Problem ist an der Sache, so von der Kampfkraft, ich könnte es schaffen. Ich könnte es auf jeden Fall schaffen. Das Problem ist erstens, ich bin in der Aufnahme, deswegen habe ich keine Lust, eine Mission 50 Mal hintereinander zu machen. Und zweitens, wenn er mich trotzdem mit seiner fetten Attacke trifft, ist es trotzdem over and out. Dann kann ich noch so krass sein, wie ich will. Und wenn er mich dann erwischt, dann bin ich einfach weg vom Flitz. Ganz einfach. Gut, äh, ich würde sagen, was mache ich denn jetzt? Mache ich die, komm. Mache ich noch ein bisschen Parallel-Quest mit euch und werde dann wahrscheinlich danach nochmal privat so ein bisschen aufleveln, noch ein, zwei Level. Oder? Ja, ich denke schon. Habe ich gesagt, was ich mit Vegeta kämpfe? Ich will mal mit Daniel. So. Ja, scheiße, Leute. Ihr habt ja gesehen, als ich versucht habe, dann am Schluss so ein bisschen auf Distanz zu gehen. Ähm, wenn er dich einmal trifft. Alter, wie lange braucht er um den Scheiß... Scheiß, Angriff zu machen. Krass. Superabwehr. Ultra-Kampfbomber. Oh, shit, jetzt haben wir sie raus. Don't give up. There's strength in numbers. Okay. Ist aber ganz nice hier gemacht, muss man auch mal sagen, ne? Ach, guck mal, wie er erschönt der richtig. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, tatsächlich. Komm, sammeln wir die Sachen mal auf. La 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 la. Tut mir leid, ich muss es kaputt machen. So, hier durch, zack. Ich bringe das mal mit. So, was ist das? Oh, ist das? Ja, ey, Leute, 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 ey. Da muss ich noch trainieren, ey. Wie gesagt, ey, das ist... Es ist auf jeden Fall machbar. Es ist auf jeden Fall machbar, dass ich jetzt schon einen Freezer kaputt machen könnte, aber... Ist doch gut jetzt. Geh doch mal weg da jetzt. Wie er den einen anvisiert hat und der einen fröhlich auf mich einschlagen kann. Oh, nein, ich weiß nicht. Ich will mich verarschen, der Kleiner. So, schüri, rosa. So, da bin. Ja, Freezer, was will aber jetzt los? Raspberry, Mann, lange nicht mehr gesehen. Robberie, Alter, ist das Robberie? Du, hier? Oh, schon vorbei. Robberie, Alter, du bist doch schon wieder da. Hallo. Boche, Zahra, muss ich zittert in der Anno? Also Rekum Shredder Blitz Damit wissen wir auf jeden Fall schon mal, habe ich den sogar freigeschaltet schon? Also der dauert viel zu lange, das sehen wir ja alle Sooo, müssen wir noch was zum einsammeln Wie läuft der durch die Gegend? Wie die letzte Tucke? So, hier raus, bitte Ah, guck mal, da oben ist auch noch was So, zurück zu Namik, dem Punkt hier Das ist auch ein bisschen lästig hier die ganze Zeit, dieses Umschalten Als ich da erstmal mit dem Scouter alles scouten muss, umständlich in der Ego-Perspektive und alles Das finde ich ein bisschen nervig, aber Naja, was muss, das muss, ne? Rekum 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 Schöne, voll in die falsche Richtung wieder mal.